Finnischer Gast. Die Schirnkunsthalle Frankfurt widmet der größten Künstlerin der finnischen Moderne, Helene Schärfbeck, ab morgen eine Ausstellung, die mit dem Atheneum Art Museum der Finnisch National Gallery gemeinsam organisiert wurde. Dabei werden über 85 Werke Schärfbecks gezeigt. Die in Deutschland eher unbekannte Malerin wird in ihrem Heimatland als große Ikone gefeiert. Im Mittelpunkt ihrer Werke steht der Mensch. Zu ihrem Repertoire zählen vor allem junge, modisch gekleidete Frauen, Männerakte und zahlreiche Selbstporträts. Schärfbeck, die eine klassische Kunstausbildung absolvierte, entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts einen modernen, avantgardistischen Stil mit reduzierter Formensprache und Farbpalette. Vom 2. Oktober 2014 bis zum 11. Januar 2015 können sich Kunstliebhaber die Ausstellung in der Schirn ansehen.